Blaue das ganze Netzwerk unter seine Kontrolle bringt! Vielen Dank! Warum ist noch alles an? Wegen Klaue! Ich kann leider nicht bleiben! Männer! Angriff! Sie greifen die Kimoyo-Serverbanker an. Ohne sie sollte uns klar sein, dass es kein Kimoyo-Netzwerk gibt. Und wir kriegen es erst wieder online, wenn wir neue bauen! Ihr müsst sie aufhalten! Avengers, zu mir! Seine Männer greifen die Zugriffspunkte an. Ihr müsst sie auf Distanz halten, während ich versuche wieder reinzukommen. Ich kann von hier aus auf die Geschütze zugreifen. Das verschafft uns etwas Zeit. Ihr könntet auch den Generator überlasten. Ein EMP würde Klaues Truppen kurzzeitig ausschalten. Unsere Geschütze allerdings auch. Bis ihr sie reaktivieren könnt, ja. Sorgt einfach dafür, dass sie die Zugriffspunkte nicht zerstören, bevor ich sie zurück habe. Überlasst das mir. Bis zum nächsten Mal. Was ist das? Das war's. 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 Das war's.